Ja, Leute, hier sind wir auf 3600 Meter, über dem Meer, ja. Und hier sind wir am Fuss vom Grand Combin. Wie viel Grand Combin? Ja, voilà. Da ging es jetzt noch 600 Meter zum Lachenbrief. Und von da hinten noch sind wir gekommen. Zum Glück haben wir das nie gefilmt, weil sonst würde es auch einen und den anderen schütteln. Der Legec hat gerade so Ach und Krach überlebt, hat fast seine Finger verloren. Ist absolut extrem gewesen. Ich weiss, Babi, Basis-Gem. Wir sind in der Mitte. Grand Paradiso, 4000 Meter. 4.062. 4.062. Patrick, wie geht's? 4.081. Das ist immer schön. Wie läuft das bei dir? Die Konvertisation? Ganz tipptopp? Ja, ganz tipptopp. Das ist gut. Epiderudo? Hallo? Was sagst du? Das war eine super Erfahrung. Noch einmal. Kein Problem. Und da oben sind unsere Freunde aus Österreich. Hey! Immer wieder, immer wieder! Das sind die zwei Filo. Und die drei anderen sind da oben. In der Wand. Ja, voilà. Das ist ein bisschen glätt. Das ist dann besser. Das ist das. Das ist der erste Stimme. Vielen Dank.